Was meine ich nicht? Wir sind jetzt schon ein paar Meter gegangen. Ohne was aufzunehmen war nicht so viele interessante Sachen muss ich sagen. Ein paar schöne Aussichten gehabt, aber ansonsten, nein das ist schön hier. Wir werden jetzt da unten in die Almhütte einkehren und noch schönes Käffchen trinken. Den haben wir uns verdient. 11 Kilometer sind wir jetzt heute gelaufen. War sehr interessant. Hätten uns die Aufteilung ein bisschen anders erhofft, also gleich die Hauptattraktion am Anfang ist ein bisschen, naja, nicht ganz so schön gewesen. Wo die Attraktion ja sehr schön war. Achem, ich glaube hier, da ist ein Zaun. Vielleicht kommst du nicht her. Naja, wie gesagt, da ist unten schon ganz schön was los. Das war was? Geht's da weiter? Auf jeden Fall, wie gesagt, werden wir jetzt ein Käffchen trinken und danach sind wir dann hier heute fertig. Naja, weiter dann im nächsten Video. Bis dann. Tschüß!